hallo was geht heute nacht lang mal wieder ein video und zwar leider ohne sami und tobi die haben heute keine zeit aber ich mache was richtig geiles ich fahre nach nürnberg geht heute in die airtime trammelinhalle treffe mich mit dem dd squad und spring vom trammelinhalle ich hab bock es wird geil und ich würde sagen let's go so leute klar geht's los bevor wir dann vom dach runter springen gibt es eine kleine trampolinsession ich hab bock es wird geil jetzt geht's jetzt zum airbag aufbauen die trampolinsession ist beendet jetzt geht's zum airbag aufbau da ist das dach von der trammelinhalle da ist der weg und wir haben jetzt eine gute zeit jetzt wird's ernst jetzt geht's über die foyer leider aufs dach ich hab schiss aber da muss man durch nächste runde double frontzip alter falder eigentlich ist nicht mal so schwer aber wenn man das erste mal macht habe ich echt schiss davor jetzt geht's los eine runde man muss mindestens zwei bis zwei meter weit springen und das ganze machen wir jetzt mit dem minitrain also helft mit 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 es ist so unglaublich geil es macht so bock vielen dank an std squat und an airtime trampolinshalle in nürnberg für die hammerzeit wir machen noch ein paar sprünge und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten video ciao